Es gibt hier eine Zange oder so, aber ich kann nicht wissen, wie sie kommen. Ah, die sind nicht da. Wie du siehst? Das ist ja der Nächste. Sind sie schon gängig. Guten Tag! Heusk Gates Ja, ich glaube, ich bin extrem dicke. Wie ist denn so, dass du die Böhrchen wegst? Ja, du hast sie schon mit der Oshaube. Sie sich einfach voll im Wagen. Sie sind nichtkefoss. Nein, die sind sicher. Ja, so ist das. Ich habe eine Röhrchen-Geräge in der Öklappe. Ja, so ist das grosse. Ich habe eine Röhrchen-Geräge in der Öklappe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020